Wie kam denn der Weiße Hai zu Tode? Dann sagt mir doch mal, wie heißen denn die Eltern? Ha! Nochmal ne Frage. Wie heißt denn der Major? Und das war... Es laufen jetzt wieder drei Titel hintereinander durch. Nutzt den Notizenzettel. Aber keine Sorge, liebe Freunde, ich helfe euch tatkräftig beim Rat. Untertitelung. BR 2018 So, das Bühnenbild, ne? Musik vom großartigen Henry Mancini. Ich hab gesehen, es ist ein bisschen schwer, ne? Ein nicht mehr gebautes Automobil des japanischen Autoherstellers Daihatsu hat denselben Namen. Ja, du kennst dich mit Autos aus. Nein, Schiffssich. Da müsst ihr durch, Leute. Kino ist Popcorn. Sobald ihr wisst, wie der Titel heißt, hupen. Und der Saal, der Saal schweigt und genießt. Harry Potter! Ja, André! Pirates of the Caribbean. Ja, Fluch der Karimik! Yeah, André! Ja, André! Ja, André! Das war... Das war... Das war... Das war... Jawoll! Der Punkt, den hat im Saal... Das war... Amen. Und die dritte. Und die dritte große Quizfrage lautet... Mit welcher Rolle wurde Peter Sellers in diesem Film weltberühmt? So liebe Freunde, was bin ich? Klonkrieger! Was bin ich? Klonkrieger! Klonkrieger! Ein Klonkrieger, ja! Klonkrieger! Applaus! 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 Klonkrieger! Applaus! Klonkrieger!